Wie du dir eine Abendroutine aufbaust, die du wirklich durchhältst. Wenn du abends schlecht einschlafen kannst, schlecht schläfst, sodass du frühmorgens gerädert aufwachst oder oft viel zu spät ins Bett gehst, obwohl du es eigentlich besser weißt, dann ist diese Podcast-Folge für dich. Die Themen Morgen- und Abendroutine sind ja Themen, die im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung häufiger angesprochen werden. Und dann gibt es ganz viele Leute, die dir ganz tolle Vorschläge machen, warum es wichtig ist und was du tun kannst, was wichtig ist, in deine Morgen- oder Abendroutine mit einzubauen. Da geht es um Wassertrinken, da geht es um körperliche Betätigungen, da geht es um Journaling und was weiß ich nicht alles. Das Problem ist, diese konkreten Dinge, die wir tun können, die sind nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ist die Umsetzung. Denn nicht immer fühlen wir uns motiviert oder sind wir im Kopf genug da, um rechtzeitig zu realisieren, wann es Zeit ist, das zu tun, was uns den guten Schlaf macht. Dieses Thema Schlaf ist ein sehr häufiges Thema, mit dem ich in meinen Coachings und nicht nur in den Coachings, sondern auch in allen anderen Bereichen meiner Arbeit, konfrontiert werde, weil Menschen, denen es nicht gut geht, oft Probleme mit Schlaf haben. Entweder, weil der Schlaf keine gute Qualität hat, dass sie nicht tief genug schlafen, was sich darin widerspiegelt, dass sie einfach körperlich und emotional nicht gesund sind, nicht gesund werden, weil die meisten Regenerationsprozesse nun mal nachts in der Tiefschlafphase geschehen oder dass sie es einfach nicht schaffen, diese Sachen wirklich regelmäßig umzusetzen, wo manchmal einfach nur Unachtsamkeit der Grund ist und ein andermal diese Menschen mir sehr, sehr viele Gründe dafür geben, warum es doch gar nicht möglich ist, das zu tun, was ihnen eigentlich gut tun würde. Und deswegen möchte ich jetzt hier auf zwei Punkte eingehen. Nummer eins noch mal ein paar Sachen zusammenfassen. Die größten Hebel. Ich werde nicht alle Möglichkeiten aufzeigen, was du tun kannst, aber die größten Hebel, die du in der Hand hast, um deinen Abend so zu gestalten, dass du besser schläfst und länger schläfst. Und danach gehen wir noch mal genau drauf ein, wie du es schaffst, dir eine Abendroutine aufzubauen, die du dann am Ende auch wirklich durchhältst. Also jetzt zu den konkreten Dingen. Ich habe ja gerade eben schon angesprochen, dass vieles Wissen, was man konkret tun kann, um eine Abendroutine zu füllen, schon da draußen ist. Aber ich möchte noch mal die Dinge zusammenfassen, die meiner Erfahrung nach, also von mir selbst und meinen Klienten, die größten Erfolge bringen. Nummer eins. Eine Stunde vor der Bettzeit alle Bildschirme aus. Kein Fernsehen, kein Handy, kein Tablet, kein Laptop, kein Bildschirm, der flackert. Ich weiß, meine Freundin, die war in Australien und da haben sie so schön gesagt, it's no glowing rectangle time. Keine Zeit für glühende Rechtecke. Also kein Flackern, kein Leuchten. Dieses künstliche Licht spielt deinem Kopf vor, dass es noch Tag ist. Dieses Licht kommt in deine Augen. Diese nehmen den Reiz des Lichtes auf, leiten diesen Reiz ans Gehirn weiter und das Gehirn schließt daraus, dass es noch Tag ist. Weshalb das Gehirn dann weniger Grund hat, dich müde werden zu lassen. Natürlich gibt es jetzt hier auf den Geräten von heute schon zwei hilfreiche Dinge. Nummer eins so ein Blaumodus, wo die Anteile, die Tageslichtanteile, also die blauen Lichtanteile aus dem Bildschirm rausgefiltert werden, sodass mehr eine Abendsonne simuliert wird durch das Licht, was ein bisschen hilft. Und den Dark Mode, wo die Weißtöne durch schwarze Töne ausgetauscht werden. Aber es geht ja nicht nur um das Licht, was von deinem Gehirn als Tagesreiz interpretiert wird, sondern es geht auch um all die Reize, die über die Werbung, über die verschiedenen Farben und über alle Angebote auf diesen Geräten auf dich einwirken. Wenn du eine Serie oder einen Film guckst, dann Serien, Filme und Fernsehen an sich lebt davon, dass sie dich emotional auf einer Reise mitnehmen. Soll heißen, da kommst du auch nicht zur Ruhe. Diese Geräte, diese Medien spielen mit deinen Emotionen. Das ist der einzige Grund, warum sie überhaupt existieren. Und selbst wenn du nichts anschaust, schon der Gedanke, dass da auf diesem Gerät gleich mir vielleicht doch noch jemand schreiben könnte oder dass es in dieser oder jener App vielleicht jetzt doch gleich noch etwas Neues geben könnte, lässt unbewusste Suchtmuster nach kleinen Dopaminstöten, und kleinen Erfolgserlebnissen, kleinen neuen Dingen anspringen, weshalb unser Gehirn dann auch nicht zur Ruhe kommt. Deswegen ist es einer der größten Hebel, die wir haben. Eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen alle Bildschirme auszustellen, um den Körper und vor allem deinem Geist Gelegenheit zu geben, sich zu entspannen und runterzufahren. Was natürlich, wenn wir es am Anfang tun, erst mal dazu führt, dass wir mit unserem unruhigen Geist jetzt plötzlich alleine sind und keine Ablenkung mehr in den Geräten finden. Weshalb es dann hier darum geht, das, was dort da ist, an innerer Aufregung, schon ein bisschen vorzuverarbeiten, damit unser Körper dann besser einschlafen kann. Und hier drei Tipps dafür, äh, zwei Tipps dafür. Nummer eins, schreibe eine Art Tagebuch. Beim Thema Tagebuch geht es jetzt nicht darum, einfach nur zu schreiben, was du an dem Tag gemacht hast. Wenn ich von Tagebuch spreche, dann meine ich vor allem aufzuschreiben, was jetzt gerade in dir drin vorgeht. Deine Gedanken auf Papier zu bringen. Denn wenn Gedanken im Kopf herumschwirren, dann schwirren sie da nicht ganz alleine rum. Sie sind begleitet von vielen anderen Bewertungen, von neuen Gedankenangeboten, die dein Kopf dir macht, von Gefühlen, die in dir ausgelöst werden, wenn du dies oder jene Gedanken denkst. Wenn du sie aufschreibst, dann stehen sie da schwarz auf weiß und können nicht mehr weg und sind deswegen viel unemotionaler und können viel besser analysiert und interpretiert werden, womit die meisten diese Gedanken, wenn du sie aufschreibst, an Schwere und an Intensität verlieren. Was emotional und psychisch einfach hilfreich ist, da die meisten Probleme tatsächlich nur Probleme sind, weil sie negative Emotionen in uns auslösen. Und Nummer zwei, was dir natürlich hilft, Sachen einzuordnen, sodass dein Kopf zum Einschlafen nicht mehr ganz so aktiv sein muss. Das kannst du als Tagebuch machen. Was auch immer wieder hilft, sind Erfolgs- oder Dankbarkeitstagebücher, die du gar nicht so umfänglich gestalten musst, wo du dir einfach aber vielleicht einen Zettel nehmen kannst oder eben ein kleines Heftchen, was du dir neben das Buch, was du dir auf den Nachttisch legst, wo du, bevor du einschläfst, einfach nochmal zwei bis drei Punkte hinschreibst, die entweder heute gut gelaufen sind, so beim Erfolgstagebuch, oder für die du heute dankbar bist oder dankbar sein könntest, wenn du die Dankbarkeit annehmen könntest. Alles Methoden, um dein Denken in die richtige Richtung zu lenken. Das Zweite, um die Anspannung und Nervosität und das Gedankenkreiseln zu unterbrechen und ein bisschen runterzufahren, ist, in den Körper zu gehen. Wichtig, ja kein Sport, also nichts, was deinen Kreislauf groß anregt, vor dem Zu-Bett-Gehen, sondern sanfte Dinge, sanfte Dehnungen, Dehnungsübungen, vielleicht ein bisschen Yoga, was jetzt nicht anstrengend ist, sondern einfach nur dazu führt, dass du tief atmest, dass du in Dehnungen reingehst. Dehnungen sind ja, je nachdem wie du sie machst, mal stärkere, mal leichtere Schmerzreize, die dich definitiv aus dem Kopf rausbringen, vor allem, wenn du in jeden dieser Schmerzreize fünf bis zehn Atemzüge lang tief reinatmest. Also so Dehnungen oder sanftes Abend-Yoga kann dir auch helfen, dadurch, dass du in den Körper reingehst, den Gedankenfluss ruhig zu stellen und tatsächlich auch durch die tiefe Atmung dabei ein bisschen Anspannung aus deinem Körper noch rauszulassen, damit dein Körper dann besser in den Schlaf abgeleiten kann. Und das sollen ein paar konkrete Dinge gewesen sein, so die größten Hebel, die ich in meiner Arbeit kennengelernt habe und auch aus meiner eigenen Geschichte. Wie wir jetzt wissen, geht es ja nicht nur immer darum, zu wissen, was wir tun sollen. Denn das Wissen, was wir tun sollen, ist zuhauf da draußen. Es gibt hunderttausend Menschen, die alle wissen, was richtig ist. Es gibt hunderttausend Coaches, die wissen, was dir helfen könnte. Es gibt hunderttausend schlaue Leute, die dir sagen können, was in Studien sich erwiesen hat, als hilfreich für dieses oder jenes Problem. Das größte Problem ist ja aber nicht, dass das Wissen nicht da ist. Das größte Problem ist, dass wir es nicht anwenden. Und hier können wir verschiedene Gründe für finden. Diese Gründe sind an sich aber erstmal egal. Denn wir wollen hier keine weitere Geschichte in deinem Kopf aufmachen. Keine Verknüpfungen herstellen, die dich dann davon abhalten, ins Handeln zu kommen. Also wenn du sagst, ich komme nicht ins Handeln wegen meiner Depression, dann mag da zwar vorher ein logischer Gedankenfluss dort vorhanden gewesen sein, aber es ist ja nicht hilfreich, weil das dann ja im Umkehrschluss hieße, immer wenn du dich so fühlst, wie du dich während deiner Depression fühlst, wärst du komplett hilflos und deinem Körper ausgeliefert. Was du nicht bist. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Also ich halte es, um das mal festzuhalten, nicht für hilfreich, Gründe zu finden, warum wir etwas nicht schaffen, sondern uns unter völliger Ausblendung dieser Gründe erstmal auf eine Philosophie zu einigen. Die Philosophie der kleinen Schritte. Da erinnere ich mich an diesen alten Wortwitz. Wie isst man einen Elefanten? Ja, Bissen für Bissen. Stück für Stück. Ist es jetzt egal, was du von dem Witz hältst? Ich weiß, diese Tierwitze finden auch viele Leute, die vegetarisch und vegan unterwegs sind, nicht so lustig. Ich bin selbst fast ausschließlich vegan unterwegs mittlerweile. Ich finde ihn ziemlich witzig, muss ich sagen. Aber er beschreibt das Konzept von einem Schritt nach dem anderen. Wenn wir es mal mythologisch umbenennen, dann ist vielleicht dieses Verhalten, was du neu machen möchtest. Die Dehnung vor dem ins Bett gehen, das Schreiben eines Tagebuches oder das Ausschalten aller Bildschirme eine Stunde, bevor du ins Bett gehst. Dann ist das vielleicht der Drachen. Der Drachen, der von dir getötet werden muss. Hinter dem dann der Schatz und die Prinzessin oder was auch immer du selbst als Erfolgserlebnis und als Schatz für dich mit definierst, motivierend ist. Dieser Schatz hier ist dann vielleicht besserer Schlaf, ist vielleicht ein, hey, ein besseres Leben, dadurch, dass du ausgeschlafen oder durch den Tag kommst und dass dein Geist sich nachts mehr regenerieren kann. Aber für Leute, die untrainiert sind, die noch keine Krieger sind, ist dieser Drachen vielleicht erst mal ein sehr großes Ungeheuer, was, wenn du ihm gegenüberstehst, erst mal Angst macht, anstatt dich zu motivieren, das tatsächlich anzupacken, wie ist das Thema, ja, diesen Drachen. Und hier lass uns dann einfach ein paar Schritte zurückgehen. Wenn ich sage, okay, mach eine Stunde vor der Bettzeit alle Bildschirme aus. Und du sagst, also, ja, aber das schaffe ich sowieso nicht. Ich sage, okay, schaffst du es vielleicht eine halbe Stunde vorher? Eine halbe Stunde? Aha. Okay. Hier in dir. Zehn Minuten vorher. Dass du einfach definierst, wann deine Zu-Bett-Geht-Zeit ist, wo es am Ende erst mal völlig egal ist, ob du zu dieser Zeit auch tatsächlich ins Bett gehst. Aber können wir uns darauf einigen, zehn Minuten vor dieser Zeit alle Bildschirme auszumachen? Und dann sagst du vielleicht, na ja, aber ich glaube nicht wirklich dran, wie ich das schaffe. Okay. Dann vielleicht noch einen Schritt zurück. Kannst du eine App installieren auf dem Gerät, mit dem du die meiste Zeit verbringst? Oder einen Dienst darauf installieren? Der dafür sorgt, dass zu der Zeit, zu der du ins Bett willst, dieses Gerät ausgeschalten wird oder zumindest unbrauchbar wird. Eine App, die du dann mit Passwort sichern kannst oder ein langes Passwort nimmst, was du dir sowieso nicht merken kannst und dieses Passwort, nachdem du es eingestellt hast, nachdem du die App eingestellt hast, dass du dieses Passwort dann deinem besten Freund oder deiner besten Freundin schickst und sagst, gib mir das bitte erst wieder, wenn ich dich darum bitte und dir einen guten Grund nennen kann, warum ich dieses Passwort wieder brauche. Könntest du das vielleicht machen? Okay, vielleicht in die Richtung. Es geht einfach darum, mach den Schritt kleiner. Und mit Schritt kleiner kann das heißen, einerseits natürlich, mach den Schritt tatsächlich kleiner, mach weniger Qualität oder Quantität von dem gewünschten Verhalten oder aber auch, sorge dafür, dass du weniger Willenskraft brauchst, um das dann durchzuhalten. Wo natürlich so eine App eine gute Möglichkeit ist und hier spreche ich auch als Eigenerfahrung. Ich habe auf all meinen Geräten eine Kinderschutzsoftware installiert. Für die bezahle ich auch jedes Jahr ein bisschen Geld und die ist nicht für meinen Sohn, die ist für mich. Dass ich nicht zu lange auf Social Media hängen bleibe, dass ich abends meine Geräte nicht mehr nutzen kann und zwar nicht nur dann, wenn meine Willenskraft groß genug ist, dass ich das umsetze, sondern gerade dann, wenn es mir beschissen geht und ich mich am liebsten ablenken würde, anstatt mich mit meinen Gedanken und Gefühlen jetzt zu befassen, dass genau dort dieses Programm mich dazu zwingt, das zu tun, was hilfreich ist und das durchzuhalten, was ich tun möchte. Also, Thema Willenskraft, aber auch eben das kleinere, Schrittige. Ich sage, hey, wie wärst du mit dem Erfolgs- oder Dankbarkeitstagebuch und du sagst, ja, das ist ganz okay und dann probierst du es einmal und merkst, das ist mir viel zu anstrengend, will ich nicht. Ist okay, wie wärst du denn, anstatt mit drei Punkten mit nur zwei Punkten, wie wärst du mit nur einem Punkt, das sind zehn Sekunden, vielleicht eine halbe Minute, du legst dir schon ein kleines Büchlein, die gibt es ja für zwei Euro im Mac Paper, diese mini kleinen Bücher mit einem kleinen Bleistift, die legst du dir neben das Bett und einfach bevor du das Licht ausmachst, schreibst du kurz eine Sache rein, die heute gut gelaufen ist. Völlig egal, ob es sich gut anfühlt, das reinzuschreiben, sondern schreib nur eine einzige Sache rein, die du heute gut gemacht hast. Das müssen gar keine großen Sachen sein, das können kleine Sachen sein. Anstatt zu sagen, ja, ich hab heute diesen tollen Vertrag abgeschlossen oder ich hab heute einen neuen Job gekriegt, ich war heute zehn Kilometer laufen. Nee, ich hab heute das Gemüse aus meinem Kühlschrank aufgebraucht, was schon länger drin war. Ich habe heute nach dem Essen den Tisch abgewischt. Ich habe heute mein dreckiges Geschirr tatsächlich in den Geschirrspüler getan, anstatt es einfach nur auf dem Tisch stehen zu lassen. Kleine Erfolge, die für andere Leute vielleicht keine Erfolge wären, aber es geht ja nicht um andere Leute, es geht um dich. Es geht nur darum, dass du einen kleinen Fortschritt machst, der sich als Erfolg definieren lässt. Für dich, nicht für die anderen, nur für dich. Was sich am Anfang vielleicht komisch anfühlt, aber wenn du dran denkst, dass du das vielleicht täglich machst, dass du täglich nur einen Punkt aufschreibst, den du gut gemacht hast, dann trainierst du dein Gehirn darauf, nach diesen positiven Dingen zu suchen und irgendwann wird es dir nicht mehr schwerfallen. An eine, zwei, drei oder fünf Dinge zu denken, die heute gut gelaufen sind. Es geht um die kleinen Schritte, die über die Zeit hinweg große Erfolge bringen. Denn in seinen guten Zeiten und wenn die Umstände mal passen, richtig tolle große Dinge zu vollbringen, das macht jeder. Aber die allermeisten dieser Menschen halten davon nichts durch. Die Leute, die langfristig sich erfolgreich in ihre gewünschte Richtung bewegen, sind die Menschen, die regelmäßig etwas Kleines tun, um dahin zu kommen. Beim Thema ins Bett gehen. Hey, du möchtest gern um neun ins Bett gehen, weil du musst um fünf aufstehen. Du merkst, du kommst vor um zwölf nicht ins Bett. Da ist das noch zu machen und das noch und du überlegst dann, das noch zu tun und dann merkst du, wenn du ehrlich bist, dass du die Hälfte von dem, was du getan hast, eigentlich gar nicht tun müsstest und sowieso drei Viertel der Zeit nur mit sinnlosen Dingen verbracht hast oder nur mit Nachdenken verbracht hast, was dich nirgendwo hingeführt hat oder mit sinnlosen Ablenkungen. Dann sagen wir, okay, jetzt gehst du um zwölf ins Bett. Wie wäre es denn, dir vorzunehmen, dass du 23.45 Uhr das Licht ausmachst? Drei Viertel zwölf. Dann denkst du, hm, das sollte machbar sein. Und wenn das zu viel für dich ist, dann sage, hey, 23.59 Uhr. Die nächsten drei Tage mache ich um 23.59 Uhr das Licht aus. Wirklich an diesen Tagen. So als kleines Vorhaben. Zu sagen, okay, das ist kein großer Schritt, aber es ist ein Schritt, den ich hinkriege, mit dem ich mir Kompetenz beweise im Umsetzen meiner Ziele. Das Problem der meisten Menschen ist, die setzen sich ihre Ziele viel zu hoch, wodurch das Gefühl der Kompetenz natürlich immer nur dann kommt, wenn die Umstände passen oder es ihnen gut genug geht, dass sie das auch umsetzen können. Deswegen mach den Schritt einfach kleiner. Dann sind wir hier auch beim Yoga, bei Dehnungen. Wenn das was ist, wo du denkst, hey, ja, ich bin schon gerne körperlich, auch wenn ich schon lange nicht mehr war, aber ich weiß, es tut mir gut, dann sag nicht, okay, ich mache vor dem Einschlafen zehn Minuten Yoga, sag nicht, ja, eine halbe Stunde. Sag, hey, ich mache eine Übung für fünf Atemzüge oder für drei Atemzüge Ziel auch durchhältst. Denn das Frustrierendste ist ja, wenn etwas nicht klappt. Deshalb wollen wir dafür sorgen, dass du weniger von dem Gefühl hast, dass etwas nicht klappt und mehr von dem Gefühl, dass etwas klappt und mit dieser gefühlten Kompetenz, die daraus erwächst, kannst du nach und nach immer größere Schritte machen, immer größere Drachen schlachten, immer größere Schätze gewinnen. Aber das muss ich erst mal aufbauen. Und da fängst du eben dort an, wo du jetzt gerade bist. Und wenn du merkst, hey, ich schaffe es gerade nicht, das umzusetzen, was mir hilft, dann mach den Schritt so klein, dass du es schaffst. Selbst wenn er dir erst mal gefühlt nur dasselbe Ergebnis beschert wie vorher. Aber diese Verknüpfung von ich habe mir was vorgenommen und es durchgehalten, die kann dir niemand mehr nehmen. Und die wird sich mit der Zeit summieren, sodass es dir immer einfacher fallen wird, neue und größere Projekte anzugehen. Oder auch hier deine Atem, deine Abendroutine, disziplinierter und für dich hilfreicher zu gestalten. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen dieser Tipps und habe hier nur eine Aufgabe. Was ist eine Sache, die du konkret jetzt die nächsten Tage tun wirst? Oder sagen wir, die nächste Woche, um abends besser zu schlafen? Schreibe mir das gerne hier unten in die Kommentare und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Danke für deine Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF,